Wie ich sehe, ließ sie dich leben. Du hast wohl etwas richtig gemacht. Lass mich dir da runterhelfen. Nein! Nein! Malke! 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 Das hättest du sanfter machen können. Wenn mir etwas an deinem Wohlergehen liegen würde. Warum hast du mich dann überhaupt befreit? Aus demselben Grund, aus dem du in Jötunheim bist. Du suchst den Med und ich kann dir dabei helfen. Ich nehme an, das hat seinen Preis. Ich will eine Kostprobe für mich. Der Rest gehört dir. Abgemacht? Habe ich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Der Med wird von Suttung und seiner Tochter Gunnlöd im Gewölbe ihrer Behausung in Utgard verwahrt. Das Gewölbe wird nur bei einem großen Festmahl geöffnet, wenn Suttung seine reichhaltigen Vorräte teilt. Und er wäre ein schlechter Gastgeber, gäbe er kein Fest zu Ehren eines hohen Besuchers, wie dem erhabenen Asgards. Du bist nicht so dumm, wie ich befürchtet hatte. Warum willst du den Med? Meine Gründe gehen dich nichts an. So wie mich die deinen nichts angehen. Du musst ihn nur besorgen. Ich muss Suttung ein angemessenes Geschenk bringen, wenn er mich willkommen heißen soll. Der törichte Trunkenbold Ege verlor kürzlich bei einer Wette seinen Kessel an Suttung. Dieser ging auf dem Weg nach Utgard verloren. Ich habe den Kessel. Du könntest zu dem Gunnlöd ein Geschenk machen. In Trümshaus am Seenahe Utgard gibt es Schätze, die ihr gefallen würden. Ich habe einen goldenen Stirn, Ralf. Wäre das genug? Das sollte reichen. Wenn du den Med hast, suche mich an der Quelle Mimias auf. Dort zeige ich dir, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst. Ich habe den Kessel, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst. ich werde nicht müde jetzt bleibt es jetzt bleibt es dass dass Sound muted. Sound muted. Sound muted. Sound muted. Sound muted.